Hallo meine Lieben, ich hoffe euch geht's gut. Ihr habt ja schon gehört, auf ein SPD-Fest, wo auch der Olaf Scholz Teilnehmer war, ist ein K.O.-Tropfenanschlag verübt worden. Oh oh, jetzt ermittelt die Polizei oder das LK, ja ne. Tja, ja, ich hab keine Ahnung, wie sich ein Täter einschleusen konnte, ich weiß es nicht. Ich mein, die kannten sich doch alle, oder nicht? Ich hab echt keine Ahnung. Dies war in einem geschlossenen Festzelt. Hm. Ich möchte dies jetzt nicht werten, weil sonst wird mir das Video gelöscht. Ihr wisst ja, ne. Oh je, mini, oh je, mini. Hier wird man schneller gelöscht, als man A sagen kann. Nur ein falsches Wort und, ja, da ist man weg. Ne. Okay. Äh, wer sich das detailliert durchlesen möchte, kann gerne den, ähm, Link, den ich in die Beschreibung packe, lesen. Ja, und ansonsten, ups, ansonsten sage ich bis bald und wir sehen uns. Tschüss. Tschüss. Es wird dann wieder belli thyme, über beziehung.